Sehr geil, ey, so ein Glitz. Panzer ist angekratzt. Was ist das hier, wenn wir von Neptun spielen? Er ist kampfunfähig. Und down. Wie komme ich überhaupt wieder heraus? Ah, sehr geil, ich bin halt immer noch geclitcht, ah, nice, alter, ich bin, ich versuch's mal. Ich will hier raus, ich will hier raus. Ah, scheiße, aufpassen, die versuchen wahrscheinlich zu entschärfen. Ich würd ja gerne, aber... Ist jetzt gerade wirklich halt bei mir gespawnt, das ist ne doofe Idee gewesen. Du kommst dann irgendwie nicht raus, ich hatte zwar gucken, aber du kommst nicht raus. Ich sag doch, ich bin geclitcht durchs Haus. Na. Ah, aufstehen, dann komm mal raus. Ne, doch nicht. Ne, du kommst bloß bis dahin, dann kommst nicht weiter. Aber weiter kommst nicht. Also eigentlich geht ihr bloß suicide, du kommst hier zwar hier hoch, aber dann nicht mehr. Ah, ich mach jetzt suicide. So ne Quatsch, ey. Wir haben so viel gesorgt, dass man aus dem Ding nicht rauskommt, ey. User disconnected from your channel. Oh, nö. Wieso land ich immer direkt vor euch? Verzieht euch! Verzuseet euch!